Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Vögel. Und so. Und so. Okay, gut. Ja, schön. Machen wir jetzt, oder? Weiter und so. Ja, auf jeden Fall. Ja, du bist ja nicht so ein Mann der großen Worte. Doch. Sagt man das so? Der Kleinworte eher so. Hä, nee. Wäre für unsinnig. Nein. Ach das genau. Was machst du? Ich war gerade eben im First-Person-Ord und dann habe ich aus dem First-Person-Ord wieder zurückgeschalten und dann ist es auf einmal in die Fatschreitung gebrochen. Das habe ich gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist eine krasse Geschichte. La 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 la. Oh nee, oh nee. Die greifen mich an. Okay, das ist gut. Die haben mich lieber als dich, aber wer hat das nicht, ne? Damit kann ich, ja. Da, Nico mag mich mehr. Falsch. Jaicke. Was machen wir jetzt hier? Können wir jetzt unsere... Keine Ahnung, vielleicht die Quests, die du jetzt Adder hoffentlich angenommen hast. Wuh. Ja, das ist ja. Ich würde eigentlich voll cool zusammen pullen und dann so 1-1 gesmalen und alles. Oh, ich hatte wohl jemanden reingenommen. Warte. 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 Komm gleich. Komm. Mach mal einen schöneren Bogen hier. Ja, ich mach schon kreis. Falsch. Na toll, jetzt hast du mir nicht mal alle... Bitte. Ich habe mir jetzt geklappt. Na, 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 na. Ich habe schon sie mehr gegen die Krippe. Hammer ist doch. Ich weiß, dass das praktisch anwesend ist. So. Ähm. Was war Quest Nummer 1, würde ich sagen? Warte, so Schweine. Warte. Warte, so Schweine. die habe ich noch nie angenommen zeigt was ihr drauf sie hier und für das Leben ist halt ein bisschen also die Menschen ich bin daneben Fasskopf Drescher die sind das müssen werden Mann Mann hiermitglieder auch ist die hässlich eine Stimme aus dem Hintergrund ein alter Ego du redest mit dir selbst nein ich rede mit dir dann merkst du nicht achso bleib hier komm her vorratskitzke vorratskitzke achso mit der muss ich reden sag mir das doch oh guck mal hier noch mehr verdorbene Eileen ach ne mutierte ah Hilfe wie schafft man es aus einem verdorben äh aus einem mutiert verdorben zu machen das sah so verdorben aus wie sieht es verdorben aus hier auch ah Hilfe 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 rette mich los nö lass dich einfach mal sterben 2 noch hier Lünnmetallerz weißt du Lünnmetallerz ja komm nein das geht noch nicht mal ich hab dein Leben gerettet ja ich wär fast gestorben so knapp oh das geht auch ok flugfahrt ich kann ja auch das mal oh wie du die alle wieder gemäht hast bin so gut flugscharen sind sind ausgegangen aufgeben was 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 welche 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 nochmal flugscharen sind flugscharen sind ausgegangen wie mach ich das nochmal draufklicken draufklicken und dann auf das rechte da hab ich ok danke einfach ruhig Lüten was denn das für ein cooles Ding Sonnensens Feuersens nein Todesensens ja cool wei 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 Dillen Lohnen der Arbeit die Frauenwelt wartet die Frauenwelt wartet das ist für ein kleiner Checker wir können der Kaffee Niel der ist schon einer Füßen ja aber sowas von Nürn so ein richtig kleiner Aufreißer euch hat nur jemand hier reingeht dein Orgasmus zurück wenn du mit ihm redest ein Kaffee Niel aaaah 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 kann gar nicht muss da und so wieder lachen kein getroffen ja ich weiß sagen wir das nicht noch halt mir das nicht immer so vor sonst werde ich traurig schreibst du unter die Nase aaaah ne da hab ich einen Ritz drin da geht es gar nicht ich weiß ja nicht was du da machst also weil ich sehe die Viecher noch nicht mal die du haust aber ich hau einfach mit drauf bist du blind? ne die wär mir irgendwie nicht angezeigt ach so ach jetzt jetzt sehe ich die ok schön ich tu das wachsame Bauchschlitzer Warzenschwein wer denkt denn solche Narbe aus? ich stimmt du sitzt da wie könnte ich dieses Warzenschwein nehmen? ja wachsames Bauchschlitzer Warzenschwein ist ein guter Name gar nicht lang ja ja und so einprägsam oh das hat sich gereimt oh wie schön was? hat sich gereimt na einprägsam und noch irgendwas das davor was? ich glaub ne Dichterin wüsst du nicht du bist nur Dichter ha 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 Oh, ja. Lalalala. Lalalalalalalalalalalalalala. Frederico! Äh, ist das nicht die Nudel-Werbung? Ach nee, die für die Soße, ne? Ja. Oh, wie die ineinander stehen. Boah. Oh, die sind ja heiß. Tot. Warte kurz, ich muss jetzt hier kurz noch abgeben. Die Wache ist sehr hässlich. Ich dachte wir gehen jetzt... Hä? Ok, ne, ich versteh's nicht. Wo bist du? Wirklich? Wirklich? Ich so gar schon. Hier bin ich Links oder rechts? Links oder rechts? Ist mir egal Sag Geradeaus Das Leben ist so schön Wir machen mal ne special Folge Da reitest du voraus Oh Gott Da reiten wir die ganze Zeit nur durch die Gegend Da kommen wir nie ans Ziel Ah nein doch nicht Warte ich muss einfach kurz schauen Tempkort zu nennen Erlές Das wird McLaren Sonnopred Oh Gott nee die Zuschauerin an sich die 모든 ANS D fondant m Gemeinn Deutlade Deutlade TOLL Batte T fit Dr R So Jetzt ich mein Glück. Werama zu decir ist auch Unterschrautchen Danke. Ich weiß, dass du meine Stimme liebst. Agrophobie? Ein neues Kapitel. Ja, hab ich auch. Neu in der Gegend? Schön, euch zu sehen. Neu in der Gegend? Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir uns treffen. Schön, dass wir uns treffen. Was ist das? Wir sind das so viele Quests. Endlich mal ein neues Gesicht. Endlich mal ein neues Gesicht. Für die Föderation. Alter. Bitte hör auf. Und renn nicht immer weg. Du rennst weg. Deine Mama rennt weg. Dann wärst du das. Sammelst du die jetzt alle, oder? Nein. Das sind meine Freunde. Das ist Egon. Das ist der Leopold. Die Hälfte ist schon gestorben und du merkst noch nicht mehr. Du bist ja gemein. Dann ist das. Ja. Ach. Ach. Komm her. Komm her. So. Wind ist es. ich sag's immer noch was falsch ich muss endlich mal wieder fähigkeiten kaufen echt dafür müssen wir nur zwei doll aufsteigen zerstörung die pure zerstörung vor uns waren es mutierte aliens jetzt nicht unheimlich mutanten wahrscheinlich ist es genau dasselbe nur andersrum versteh ich nicht guck mal da gestörtes gebilde hallo robin hallo kannst du mir gut helfen machst du gut übrigens dort hinten ja weiß ich gar nicht unglaublich oft daneben geschlagen Lass mich ich hab zwar gesagt ich habe unglaublich auf deinem Schlapp aber egal Lass mich aber lass mich trotzdem ich mag dich nicht ich hab keine Ruhe cool wir haben Turanobären gesammelt und es sieht aus wie Zitrone ja ich schwör das gebilde sind wir eigentlich nettes wie sie von ihrem Leiden ver... Leiden sind überhaupt bestimmt die befragen bestimmt mach doch mal ein Interview mit dem gestörten Gebilde mit dem gestörten Gebilde ja Geld oh man meine ja oh ich oh hm sprung sprung wo ist dann daneben da kann eben Luftsbein nur ein bisschen ja du bist nicht so süß wie du dich schätzt und denkst was helst drück irgendwie einfach mal tasten sieben oh ich glaub das war nicht gut warte oh schläfts jetzt? oh oh ich hab's jetzt oh jetzt ist es groß aber ist es nicht schöner wenn man eher schläft bevor man stirbt? keine ahnung kommt auch an außer du bist außer du bist so ein Wikinger die waren im Kampfsterben ja die sind bestimmt keine Wikinger die sind ja nur Mutanten sicher vielleicht sind das Wikinger Mutanten das wär das wär glaub ich richtig mies der Zombie hallo wär das keine Chance da würd ich einfach niedernehmen tja so ist das eben endlich mal ein neues Gesicht endlich mal ein neues Gesicht das hat letztens schon gesagt hey wir haben uns doch schon mal gesehen vielleicht hat der Alzheimer ich glaub der hat Alzheimer ich glaub der hat Alzheimer ich glaub der hat nicht so gemacht ich kann deine Gedanken lesen äh Penis nein ich teile altes Wissen mit euch oh ist aber nett von dir Tyroon meldet euch bei Tyroon im Fanatikerparadies toller Name das ist wirklich das erinnert mich so an Fetisch irgendwie Fanatiker-Fetisch natürlich dann musst du das sagen warum war genau alles anders hier guck mal nein nicht das hey gut gemacht gut gemacht gut gemacht wir sollten das Zeug einsammeln lieber schreien ich wollte den Gegner angreifen ja ja so schlau das war wohl die special attack ja ja hast du gesehen? ja oh Gott das ist der Schnau da ist der Schnau der Schnau hihihi hihihi elengash hihihi möglicher geist kranke kleinbauer hihihi ja ein wahnsinniger Farmer und der geist kranke kleinbauer Guck mal, ein Frack-Mund zu dir. Für mich, für mich, meinst, meinst, meinst. Oh, mir fehlen noch zwei, glaub ich. Weiß nicht. Ne, glaub ich nicht. Doch, glaub zwei. Oh ne, das war ja gar kein Gegner. Doch, also, ne, die Bären sind gar nicht so gefährlich. Ich hab, ich hab nur ein Fragezeichen, äh, ein Ausrufezeichen gesehen, dann dachte ich, okay, das ist ein Gegner, den muss ich bekämpfen. Jetzt, wenn ich, wenn ich ein Ausrufezeichen über meinen Kopf drüber halten würde, würdest du auch klatschen. Dann würde ich dir voll eine klatschen, ja. Ja, natürlich, das, äh, glaub ich, ja. Das kann ich auch ohne, dass du ein Ausrufezeichen über den Kopf hast, also keine Sorge. Das kriegen wir auch so hin. Sicher? Denk schon. Außer ich treff nicht, das wär natürlich feinlich. Sag daneben, und daneben. Und daneben. Da ist noch eins. Jetzt nicht mehr. Nein! Nein! Die tut immer so, als wenn's ihr weh tut. Kommt her, meine süßen Knuffellifels. Knuffellifels? Das sind, das sind... Nein, wahnsinnige Farmer. Knuffelig? Die sind wahnsinnig. Ist doch knuffelig. Ja, Macheten. Wieso haben die Macheten dabei? Habe ich auch immer, du nicht? Habe immer eine Einsteckung in meiner Handtasche. Natürlich. Deswegen brauchen wir Frauenhandtaschen, damit sie immer Macheten mit sich umführen. Ja, ganz logisch, oder? Jetzt weiß ich nicht. Das ist nicht lustig. Das weiß doch jeder. Nein, du nicht. Also, ich trage Sachen in meiner Handtasche mit mir rum, von denen ich nicht weiß, dass ich sie mit mir rumtrage. Okay, das ist ziemlich kompliziert. Das ist total deeper shit. Auf jeden Fall. Ich muss erst mal kurz drüber nachdenken. Ich habe gerade verstanden, ich hasse meine Langsamheit. Nein. Das ist deine Langsamheit. Ja, aber das ist ja wieder. Oh, das hat er nicht gesagt, dieser Diss. Wir brauchen noch zwei. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Das ist die Folge Rhymed. Rhymed. Das ist eine Rhyme. Hallo. Was ist eine Rhyme? Das ist anstrengend. Du gibst uns jetzt die letzte Woche. Bitte, danke schön. Ah, ja. Ich muss, ich muss nur nett da rumfahren. Ach so, hier ist noch einer. Naja, du kommst sicher drum. So. So, liebe Freunde. Zwölfelsport. Dings und so. Okay, ja. Na ja, dann ade und bis nächstes Mal, würde ich sagen. Schöne Nacht. Schlaf gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020